Musik Die Gemeinde Niederkrüchten bietet eine hohe Lebensqualität. Das zeigt auch das große Interesse an Parzellen in unseren Neubaugebieten wie dem Haineland. Ein umfangreiches Angebot an attraktiven Wohnimmobilien finden potenzielle Neubürger der Gemeinde Niederkrüchten bei unseren ortsansässigen Immobilienmaklern. Wir haben das große Glück, dort zu leben und zu arbeiten, wo andere Urlaub machen. Es gibt hier in der Gemeinde Niederkrüchten sehr interessante und innovative Unternehmen mit guten Arbeitsbedingungen, mit ständig wachsender Infrastruktur. Diesen Vorteil sehen auch unsere Kaufinteressenten. Außerdem bietet unsere Gegend viele Freizeitmöglichkeiten und ermöglicht Familien somit ihren Kindern ein unbeschwertes und glückliches Leben und Wohnen. Das Neubaugebiet Malerviertel entstand auf der ehemaligen Siedlung der englischen Streitkräfte, die im Volksmund gerne liebevoll Legoland genannt wurde. Die neu angelegten Straßen wurden nach berühmten Künstlerinnen und Künstlern verschiedener Epochen benannt. Besonderen Wert wurde hier auf individuelle Gestaltungsmöglichkeiten der Immobilien gelegt. Sowohl was die Bauweise als auch die Farbgestaltung angeht. Die ortsansässigen Immobilienunternehmen wissen diese Vielfalt und die hervorragenden Standortvorteile zu schätzen. Auch aus logistischer Sicht ist Niederkrüchten ein wertvoller Standort, denn die Nähe zu den Ballungsgebieten Düsseldorf, Köln oder auch ins benachbarte Roermond, also in der Niederlande, bietet natürlich tolle Optionen, im Grünen zu wohnen und den Trubel der Großstadt nicht vermissen zu lassen. Leben und Wohnen in der Gemeinde Niederkrüchten. Naturnah, familienfreundlich und mit Perspektive. Leben und Wohnen in der Gemeinde Niederkrüchten.